Ich brauche dringend zeichnerische Unterstützung in einem Projekt. War es ein Bauzeichner oder ein technisches Zeichen? Das ist egal. Hauptsache jemand, der Lust hat sich einzubringen und der mich mit meiner Projektarbeit unterstützen kann. Ja und sollte auch Humor und Kommunikationsfähigkeit mitbringen. Eigenverantwortliches Arbeiten und selbstorganisiertes Arbeiten ist bei uns ja sowieso möglich. Mein Name ist Florian. Ich arbeite am Standort Neunkirchen im Bereich Siedlungswasserwirtschaft. Dabei arbeiten wir überwiegend die Themen Abwasserableitungen, Regenwasserbewirtschaftung und Ingenieurbauwerke. Ich bin Petra. Ich bin Bauzeichnerin für Tiefstraßen- und Landschaftsbau. Wir arbeiten hier mit AutoCAD, BBSoft, Revit, mit Kugis und machen damit die 2D- und 3D-Zeichnungen. Ich heiße Tanja, arbeite am Standort Köln im Bereich Gewässer und wir beschäftigen uns mit Gewässerentwicklung und Renaturierung und plane Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung vor allem von kleinen und mittelgroßen Gewässern. Hi, mein Name ist Simon. Ich bin Bauingenieur. Eine große Stärke unseres Büros ist die Teamarbeit. Wir sind immer füreinander da und unterstützen uns gegenseitig, um Projekte erfolgreich abzuschließen. Wenn du mehr von uns wissen willst, komm doch einfach unverbindlich vorbei in eines unserer Standorte und lerne uns bei einem Bruderarbeitstag kennen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017